Hinduismus-Geschichte Viele Religionen haben eine Geschichte, die klarer erzählt werden kann. Die Geschichte des Hinduismus ist etwas schwierig, weil Hinduismus hat keinen Begründer. Hinduismus ist viele Jahrtausende alt. Die Indologen sagen gern, Hinduismus ist entstanden aus einer Mischung von indogermanischen Einwanderern mit den Urbevölkerungen im Gangestal. Und daraus entstand dann eben der Hinduismus irgendwann vor vielleicht 3000 Jahren. Die Inder sagen gerne, Hinduismus ist sehr viel älter. Und Krishna sagt in der Bhagavad-Gita, dass Hinduismus schon immer gewesen ist. Die Inder bezeichnen gerne, oder die Hindus bezeichnen ihre Religion gerne als Sanatana Dharma. Das heißt, das ewige Dharma. Und da wird manchmal gesagt, dieses Dharma war schon da, bevor die Welt geschaffen wurde. Also in ständiger Entwicklung begriffen. Wenn wir jetzt von einer relativeren Ebene die Geschichte des Hinduismus anschauen wollen, oder bevor wir das anschauen wollen, von dem Standpunkt des Hinduismus selbst wird gesagt, es gab die alten Rishis, selbstverwirklichte, gottverwirklichte Weisen. Und ihnen ist in tiefer Meditation offenbart worden die Grundprinzipien des Lernens und des Lebens. Und ein Charakteristikum des Hinduismus ist, dass diese Offenbarung nie zu Ende ist. Die Rishis haben in vedischer Zeit diese Wahrheiten empfangen. Und immer wieder werden diese Wahrheiten von Meistern und Meisterinnen empfangen. Und zu jedem Zeitpunkt gibt es selbstverwirklichte, die von Neuem Wahrheiten hineinbringen. Und deshalb ist so die Hinduismusgeschichte niemals zu Ende. Obgleich die ewigen Wahrheiten immer schon da waren, werden sie immer wieder von Neuem offenbart. So, jetzt etwas über die relative Geschichte des Hinduismus, wie sie auch von Religionswissenschaftlern und Indologen so genannt wird und Archäologen. Die erste Phase des Hinduismus war die Phase der nomadischen Viehhalter. Und das war die Phase der Veden, wo Menschen eben angefangen haben, sich dann auch in Städten niederzulassen, aber auch gezogen sind durch die Gegend. Es war die Zeit, wo die vedischen Götter wichtig waren, Indra, Varuna, Agni und so weiter. Wo auch Yajnas, Opferzeremonien wichtig waren und wo die heiligen Mantras rezitiert wurden. Die nächste Phase der Geschichte des Hinduismus ist vielleicht das 8. Jahrhundert vor Christus bis zum 6. Jahrhundert oder vielleicht sogar 5. Jahrhundert vor Christus. Man könnte sagen, das war die Zeit, wo sich der moderne Hinduismus geformt hat. Hier sind die wichtigen Schriften entstanden, die Upanishaden, Mahabharata, Ramayana und manche andere, mindestens in ihrer Urform. Hier hat sich der Hinduismus gebildet in seinen verschiedenen Hauptströmungen, Shaivismus, Vaishnavismus, Shaktismus. Und in dieser Grundlage haben sich dann auch drei, man könnte sagen, Aspekte des Hinduismus entwickelt. Der Schramana-Zweig, der orthodoxe Brahmanismus und die Volksreligion. Der orthodoxe Brahmanismus, da haben die Brahmanen eine wichtige Rolle gespielt. Die Rezitation der Veden, die Pujas, die Homas, Tempelbesuche und so weiter. Dann gab es aber auch die Schramanas, das sind die Asketen, die insbesondere viel spirituelle Praktiken geübt haben, um in diesem Leben die Gottverwirklichung zu erreichen. In dieser Phase des Hinduismus galten auch die Buddhisten und die Jains. Dazu zählten zu den Schramanas, ähnlich wie die Yogis und auch die Ajivakas. Die nächste Phase des Hinduismus, könnte man sagen, ist die Hochblüte des Altertums. Man könnte sagen, da gab es zwei Blütezeiten. Da gab es erstmal das Maurya-Reich, das irgendwie im vierten Jahrhundert und zur Zeit von Ashoka war, wo dann auch der Buddhismus wichtig wurde, bis zur Phase des Gupta-Reiches. Das war dann auch die Phase, wo die Sutras niedergeschrieben wurden, wo die Darshanas sich entwickelt haben, wo es große Universitätsstädte gab, wo es ein hohes Lernen gab und große Diskussionskultur und so weiter. Phase des Gupta-Reiches und diese Zeit. Dann, das war so drittes, vielleicht viertes bis fünftes Jahrhundert nach Christus. Während dann das Römische Reich zerfallen ist, hat es auch vielleicht eine Auswirkung gehabt auf die indische Kultur. Es gab ja dann auch die Völkerwanderung, auch Hunnen und zentralasiatische Völker in Indien eingewandert. Und so entstand, ging die städtische Kultur zurück, Buddhismus und Jainismus ging zurück. Und so war die Zeit vom 6. bis zum 8. Jahrhundert so die Phase, wo dann Shaivismus, Weichnavismus besonders stark wurden. Dann gab es die Phase der Auseinandersetzung mit dem Islam. Und unter dem Einfluss des Islams entstanden dann auch die großen Bhakti-Strömungen. So entstand dann der Weichnavismus und der Shaivismus. Und es entstand auch der Schaktismus, wo die Volksreligion besonders wichtig wurde und wo die Hingabe an Gott besonders wichtig wurde. Und wo eben auch Mantra singen besonders wichtig wurde. Nächste Phase der Geschichte des Hinduismus ist vielleicht auch die Unterdrückung des Hinduismus, zum Beispiel durch Aurangzeb und andere, durch andere islamische Eroberer, zum Teil die Radikalisierung des Hinduismus, zum Teil auch die Stärkung der Mönchsorden und der Rückzug des Hinduismus aus Universitäten und intellektueller Diskussion in die Familie und in die Mönchsorden und in die Tempel. Dann könnte man sagen, unter dem Einfluss der Moslems und dann auch unter dem Einfluss der Briten konnte sich der Hinduismus intellektuell nicht so weiterentwickeln. Es gab vielleicht eine Phase des Aberglaubens. Und so ist das Anse etwas in die Enge gekommen. Aber dann gab es im 19. Jahrhundert die Renaissance des Hinduismus. Zum einen gab es die reformatorischen Bestrebungen von Brahmo Samaj und Ayo Samaj, die auch schon Kastendenken überwinden wollten und die auch die Trennungen überwinden wollten und auch die Vernunft stark nennen wollten. Dann gab es aber umgekehrt, gab es Meister wie Ramakrishna, die die Erleuchtung erlangt haben und die Einheit aller Religionen postuliert haben und gesagt haben, auch in der modernen Zeit ist die klassische Spiritualität wichtig, aber eben auch ohne Kastentrennung und ohne, dass die Frau unterdrückt werden kann. Und so diese Renaissance des Hinduismus ging dann im 20. Jahrhundert weiter und so entstand, könnte man sagen, der moderne Hinduismus mit verschiedenen Zweigen. Es gibt die Vaishnavas, die Shaivas und die Shakta sind viele Untergruppierungen. Es gibt die Yoga-Vedanta-Richtung, die von Shankaracharya im 8. Jahrhundert gegründet wurde und die hohe Reputation hat. Yoga-Vidya stammt ja aus dieser Shankaracharya-Yoga-Vedanta-Richtung. Dann gibt es die fundamentalistischen Hindus, denen auch Kasten und vieles andere wichtig ist. Und es gibt die mehr modernen, reformatorischen Hindus, denen die Offenheit wichtig ist. Es gibt solche, die versuchen, vieles zu integrieren und letztlich den Hinduismus auch in die ganze Welt bringen wollen und auch durchaus missionieren wollen. Und es gibt andere, die sagen, um Hindu zu sein, muss man Inder sein. Nicht umsonst gibt es ein Sprichwort in der Religionswissenschaft, die sagt, Hinduismus ist der Sammelnahme aller nicht-doktrinären Religionen Indiens. Was heißen soll, Hinduismus ist komplex und schwierig in ein paar Worte zu fassen. Und so war meine Darlegung über die Geschichte des Hinduismus sicherlich ausgesprochen unvollständig und von einer laienhaften Perspektive. Mehr über Hinduismus findest du auf unserer Internetseite yoga-vidya.de gibt dort in Suchfeld ein Hinduismus und dann erfährst du mehr zu dieser faszinierenden Religion oder besser, dieser Gruppe von faszinierenden Religionsgemeinschaften.